Es hat sich mal wieder eine Menge getan im Bereich Audio und KI. Ein neues Open-Source-Modell von Stability AI, Soundeffekte bei Eleven Labs und Zuno zahlt über den Sommer 1 Million US-Dollar für die besten Songs aus. Außerdem sind jetzt fast alle Premium-Funktionen von JetGPT kostenlos für alle verfügbar und Apple wird uns nächste Woche in Bezug auf KI möglicherweise gewaltig überraschen. Willkommen zu einem spannenden KI-Update diese Woche. Bevor wir anfangen, kurz wie immer der Hinweis auf den Link zu unserer Website, wo ihr den geschriebenen Artikel und Quellen findet. Außerdem die Anmeldung für unseren Newsletter. Deutsche Leaderboards für die Chatbot-Arena Die Chatbot-Arena hat ein sehr nützliches Update bekommen. Neben den allgemeinen Ranglisten und verschiedenen Kategorien wie Coding oder schwierige Prompts gibt es jetzt auch eine kleine Auswahl an Sprachen. Damit kann man sich dann anschauen, welche KI-Modelle die besten Antworten bei Unterhaltung eben auf dieser Sprache geben. Top für uns, denn Deutsch ist tatsächlich dabei. Hier sehen wir dann in den Leaderboards, dass auch auf Deutsch TPT 4.0 die Nase aktuell vorne hat. Aber wir können dort immer nachschauen, auch wenn neue Modelle erscheinen, wie sich diese auf unsere Sprache schlagen können. Zuno-Update Bei der Musik-KI Zuno wird aktuell das nächste Update vorbereitet, das es erlauben soll, auch aus einfach gesummten Melodien Songs zu erstellen. Auf Twitter postet das Unternehmen ja regelmäßig kleine Vorschau-Videos, wie beispielsweise dieses. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt auf die neue Funktion und wie gut das Ganze dann funktionieren wird. Außerdem hat Zuno im Juni den Start des Summer of Zuno ausgerufen. Insgesamt sollen über die nächsten Monate eine Million US-Dollar an die Creator der besten Songs ausgezahlt werden. Start ist im Juni mit 100.000, die sich so aufteilen. Der erste Platz bekommt 10.000 Dollar und insgesamt werden die Top 500 Songs belohnt. Als Kriterium für das Ranking wird laut Zuno eine Kombination aus Wiedergaben, Likes und Shares des Songs verwendet. Die gute Nachricht für uns? Auch Deutschland kann dieses Mal teilnehmen. Und wir sind somit für die Auszahlung qualifiziert, falls unser Song gewinnt. JetGPT Premium jetzt kostenlos Seit dem 29. Mai ist das offiziell. Auch im kostenlosen Plan von JetGPT haben wir jetzt Zugriff auf quasi alle Premium-Funktionen wie Vision, Webbrowsing, GPTs oder Data Analysis. Wir haben das für euch genau unter die Lupe genommen und beantworten die Frage, lohnt sich ein Plusplan denn überhaupt noch? Am Sonntag haben wir dazu ein ausführliches Video. Wer das nicht verpassen will, lässt direkt ein Abo da und aktiviert die Glocke für eine Benachrichtigung. So viel sei gesagt, die Antwort auf die Frage ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Gerüchte um KI von Apple Nächste Woche ist endlich die mit Spannung erwartete Entwicklerkonferenz WWDC von Apple. Und es gibt wie immer mehrere Gerüchte und Spekulationen darüber, was wir vom iPhone-Konzern hier erwarten können. Besonders in Bezug auf KI. Aktuell scheint es so, als würde Apple das Thema ein bisschen anders angehen. Und mit vielen kleinen, spezialisierten Modellen dafür sorgen wollen, dass wir fast alle Apps und Funktionen unserer Smartphones zukünftig einfach mit Spracheingaben verwenden können. Dafür sprechen einige neue Paper und Vorstellungen des Konzerns, die sich beispielsweise mit der Erkennung von Bildschirminhalten auf Smartphones beschäftigen. Vielleicht bekommen wir jetzt also doch endlich eine komplett erneuerte und verbesserte Version von Siri. Nächste Woche wissen wir mehr. Spätestens beim Digitale Profis Update. Dann auch ihr. Eleven Labs Soundeffekte V2. Eleven Labs hat die eigene Funktion, neben extrem realistischen Stimmen auch Soundeffekte zu erzeugen, nochmal verbessert und vor allem auch für alle verfügbar gemacht. Laut eigenen Angaben kann man mit Eleven Labs jetzt quasi alles vertonen und in einem Demo-Video hat das Unternehmen das dann auch vorgestellt. Schauen wir doch mal kurz rein. Schauen wir doch mal kurz rein. Das klingt natürlich super. Wir haben direkt auch mal ein bisschen selbst mit der Funktion experimentiert und dabei konnten wir eigentlich auch immer wirklich gute Ergebnisse erzielen. Es ist oft nicht ganz so einfach, wie es im Video aussieht und man muss es vielleicht ein paar Mal ansetzen, aber am Ende kommen doch sehr, sehr brauchbare Sounds dabei raus. Das Ganze ist auch kostenlos möglich, könnt ihr also bei Eleven Labs direkt selbst ausprobieren. Stable Audio Open Auch von Stability AI gibt es etwas Neues in Bezug auf Audio und Soundeffekte. Das neue Modell Stable Audio Open wurde vorgestellt und mit dem kann man weniger ganze Songs, wie mit der kommerziellen Variante Stable Audio erzeugen, sondern viel mehr Geräusche oder individuelle Parts, wie zum Beispiel ein Schlagzeug. Das Modell ist grundlegend Open Source, aber leider nur für nicht kommerzielle Anwendungen. Ausprobieren kann man das dann auf Hugging Face kostenlos. Wir haben vorhin direkt ein bisschen damit herumgespielt und sind auf jeden Fall beeindruckt. Hier ein paar kleine Beispiele mit unseren jeweils verwendeten Prompts. Hier ein paar kleine Beispiele mit unseren zusammensetzen. Hier ein paar Beispiele mit unseren BestäGAN-Baschkern. Perplexity Pages Die beliebte KI-Suchmaschine Perplexity hat ein neues Feature vorgestellt und Pro-Usern zur Verfügung gestellt, mit dem sogenannte Pages erstellt werden können. Diese Funktion erlaubt es im Prinzip, mit KI Schritt für Schritt eine Seite mit Informationen zu einem bestimmten Thema aufzubauen. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Wikipedia-Eintrag. Perplexity selbst bezeichnet das als eine neue Art, Wissen zu erstellen und zu teilen. Und im Einführungsvideo werden einige schöne Anwendungen gezeigt, für die man dann dieses neue Feature nutzen kann. Zum Beispiel für die einfache und schnelle Erstellung von Anleitungen oder Einführungen in bestimmte Themen. Pages soll zukünftig für alle User verfügbar gemacht werden. Und wir werden hier auf dem Kanal auch dazu sicherlich noch ein ausführliches Video und Tutorial für euch machen, sobald es soweit ist. Google AI Overview Fail Google hat die sogenannten AI Overviews in der Suche in den USA flächendeckend ausgerollt und dafür jede Menge Kritik einstecken müssen. Auch wir haben dazu auf dem Kanal ein eigenes ausführliches Video gemacht, in dem wir darüber sprechen, warum das gerade für Google so problematisch ist. Die Kurzfassung, Google generiert für bestimmte Suchanfragen jetzt mit Hilfe des Gemini-Modells eine Antwort auf Grundlage von Informationen aus dem Netz. Dabei sind skurrile Dinge erzeugt worden, wie beispielsweise etwas Kleber auf die Pizza zu machen, damit der Käse besser hält. Oder die Empfehlung, pro Tag mindestens einen Stein zu essen. Gemini App in Deutschland Es gibt aber auch etwas positivere Nachrichten von Google. Die Gemini App ist jetzt auch in Deutschland gestartet und bringt den KI-Assistenten auf Android-Smartphones. Die iOS-Variante soll in den kommenden Wochen folgen, allerdings nicht als eigene App, sondern in die existierende Google-App integriert werden. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob wenigstens die neue App überzeugen kann oder ob das direkt der nächste KI-Flop des Suchmaschinen-Konzerns wird. Das war es jetzt dann auch schon mit unserem Update für diese Woche. Jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von den neuesten Entwicklungen im Bereich Audio und KI? Habt ihr schon Erfahrungen mit den neuen Tools von Stability oder Eleven Labs gemacht? Und was denkt ihr, welche Überraschungen uns Apple nächste Woche präsentieren wird? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Außerdem nochmal kurz der Hinweis auf den Link in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Dort findet ihr unsere Quellen, weitere Infos und den Link zum Newsletter. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über Likes, nette Kommentare und Abos für den Kanal. Mein Name ist Timothy Meikster und wir sehen uns nächste Woche.